Das Schlimme ist in einem Keller, wo es Öl gibt im Schlamm. Da greift man etwas an und man weiß nicht was es ist. Und ist das ein Tier oder das ist ein Plüsch. Persönliche Sachen, intime Sachen von den Kindern. Das ist das, was wir als erstes gefunden haben. Marc Manago ist Feuerwehrmann und arbeitssuchend. Trotzdem unterstützt er seit zwei Wochen als ehrenamtlicher Helfer die Aufräumarbeitenden treffen. Ab 18. Juli tut er das im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes, gemeinsam mit rund 20 anderen Arbeitssuchenden. In enger Abstimmung mit dem Krisenstab hier, ganz konkret dann mit dem Bürgermeister bzw. mit den Bauhöfen, die dann dementsprechend ihre Einsatzbände machen können. Und der Vorteil dieses Projektes besteht darin, dass die Personen längere Zeit zur Verfügung stehen. Das heißt, wir reden hier doch von einem Zeitraum von vier Monaten. Zeit, die dringend benötigt wird. Nach wie vor ist das gesamte Ausmaß der Schäden nur schwer abschätzbar. Alleine im Bereich der Bundes- und Landesstraßen geht man von mindestens 20 Millionen Euro Schaden aus. Aber das Schlimmste ist, dass wir einen zweistelligen Millionenbetrag am Schaden am Privatvermögen haben. Und Versicherungen zahlen hier wirklich nur einen Bruchteil. Und wenn ich dann vor hunderttausenden Euro Schaden stehe und 15.000 Euro bekomme, dann ist das einfach zu wenig. Aus Kärntners Sicht werden wir alles tun, um bestmöglich zu helfen. Wir schaffen es nur nicht alleine. Und hier der große Appell und wirklich die ganz eindringliche Bitte an den Bund, Kärnten hier nicht im Stich zu lassen, sondern finanziell zu helfen. Für das Beschäftigungsprojekt wenden AMS und Land gemeinsam rund 365.000 Euro auf.